Damit was ist da los? Euer Steven Madison. Zurück zu einem mit dem Vlog. Das ist die letzte Folge vom Vlog. Das letzte Video, was ich als Vlog hochgeladen habe, kam bei euch mal wieder sehr gut an, Freunde. Deswegen werde ich jetzt einfach wieder einen Vlog machen. Ich zeige euch, was ich so mache. Wenn ihr das Video seht, ist es bestimmt relativ gedacht, also für etwa 9 Uhr 39 gedacht. Wenn ihr das Video seht, ist es auch Standplay live auf Twitch Lenksystem.de Twitch. Das habe ich Ihnen jetzt schon erwähnt. Das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar Freunde, wenn ihr das Video seht, dieses Wasser schon in dem Wasser ist wieder gesunken. Nein, genau. Der Wasserpegel ist gesunken. Aber das heißt nicht, gehen wir mal aus dem Reelife ein bisschen erzählen. Mal ein paar Bäume zeigen. Ja. Wie findet ihr es mit den euren, oder ja generell mit Mundmasken? Ich finde es ein bisschen blöd, aber egal. Freunde, ich werde jetzt auch mal das hier zeigen. Ist das ein Apfel? Wie sieht der denn aus? Ja, ist ein Apfel. Ja. 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 Ist es bei euch so mit Corona-Lockerungen? Ist es bei euch schon ein bisschen verbessert oder eher schlecht? Schaut es gerne mal unten in die Kommentare. Wie gesagt, das Template Twitch ist natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Ähm, genau. Schaut gerne mal bei Ihnen vorbei. Ähm, ich wollte es gerade mit meiner Kamera aufnehmen. Die seht ihr hier mal eingeblendet. Diese Kamera. Aber Freunde, nee, nee. Die nimmt nur fünf Minuten auf und deswegen nehme ich mein Handy wieder. Aber für euch ist es so normal. Ich würde mal ein bisschen aus dem Reelife auch zeigen und zeigen. Genau. Wenn ihr mehr Reelife-Sachen sehen wollt, dann schaut es gerne mal in die Kommentare rein. Ich versuche auch mal vielleicht Lächeln zu machen auf dem Handy. Das, ja. Genau, dann gehe ich erst mal hier lang. Genau. Jetzt seht ihr hier ein bisschen Wasser. Noch ein bisschen Wassergeräusche. Das war's schon wieder. Das hat ein bisschen verwackelt. Aber, ja. Freunde, was ich gerade mache, wie gesagt, ich schlafe ein bisschen rum und zeige euch mal ein bisschen was. Ich sollte nur nicht bloß mich zeigen. Genau. Weil, erst wenn ich über eine Million Abos habe oder bei den zwei Millionen Abos bin, werde ich mich zeigen. Ich werde mich auf jeden Fall zeigen. Aber jetzt noch nicht unter den... Und unter die... Ich würde mich auf jeden Fall zeigen, aber nicht bevor ich eine Million Abos habe. Genau. Auch nicht bei den 1.000 Abos. Ja. Da. Aha. Da ist wohl die Heubballen. Ich bin dran gerollt. Dann kann man eine Pause machen. So, Freunde, was ich jetzt bei mir verfolgen habe, ist hier so ein Heubballen. Ich werde versuchen die Frau dann nicht so filmen. Egal. Es ist bei mir hier so ein Heubballen aufgetaucht. Mitten im... Hier ist eigentlich das Feld, wo eigentlich die ganzen Heubballen zahlen sollen. So wie hier. Aber da, der ist von... Bestimmt hier runter gerollt. Die Strecke. Ich werde euch das einmal zeigen. Und zwar... Der ist bestimmt von hier. Wenn ihr es seht, da wo der andere Strohballen ist. Von hier nach der unten gerollt. Und nach da vielleicht das. Diese Bäume, die den Heubballen aufgehalten haben. Aber... Na gut. Was will man dagegen machen? So. Seht ihr auch die ganzen Anzahl an Heubballen? Ist schon viel. Aber Freunde... Seht ihr nicht nur den Mund, sondern auch die ganzen Heubballen. Ja. Hier. Ich bin auch grad mitten auf dem Feld unterwegs. Schaut gerne mal unten in die Kommentare rein. Was macht ihr so in eurer Freizeit? Also ich bin ja, wie gesagt, ein Gamer-Youtuber. Genau. Und lad halt verschiedene Sachen hoch. Also ich werde das Video dann so gegen... Am Samstag gegen 9 Uhr... 9.30 Uhr hochladen. Oder 9 Uhr. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall... Ja. Sieht man den Heubball noch da ganz leicht. Ja. Wenn ich... Also ich mach grad das Vlog mit meinen... schwarzen Nikes. Hier. Auch mal kurz nicht sehen. Hier. Mein schwarzen Nikes. Mal das Outfit zeigen, was ich an habe. Genau. So Freunde, wartet mal. So Freunde, ich mach das Video hier mit meinen... ganzen Nikes. Passt auch super zum Outfit. Hab ich hier auch an. Genau. Dann würde ich sagen, geht's mal weiter. Also... Ich bin jetzt ein paar Nike-Suppen gespottet. Von Nike-Spaß. Als Lani-Jubball-Klicken noch nichts gesponsort. Wenn ihr mal wollt, dass ich mal... Vlog mache. Wo ich dann einfach mal von draußen weg bin. Bin ich ja jetzt generell auch. Dass ich da einfach mal... mit dem Feld mit Socken rumlaufe. Oder mal... Ja, was anderes mach. Zum Beispiel... irgendwas draus machen, mit Vlogs zu tun hat. Ob ich mal Vlogs... Was sagen wir mal mit Zocken? Oder generell was? Schauen wir gerne unten in die Kommentare rein. Ich bin schon bei sieben Minuten zwölf. Genau. Wenn ihr wisst, wie ich fern mich mal auf Instagram rein tue. Also mein Profil. Nicht die Story, sondern mein Instagram-Profil. Schauen wir gerne auch mal in den Chat. Ich bin dann mittags live für euch. Und werde natürlich wie immer den Shop wieder hochladen. Und dann natürlich auch die ganzen Weltveränderungen zeigen im Video. Und dann natürlich auch Lego seht ihr an der Cover wieder für euch hochladen. Also wenn ihr das Video seht. Wisst ihr was auf euch zukommt? Im Shop-Video. Dann... kommt was zweites. Ähm... Mit Veränderung. Drittes ist dann... Legesidier in der Cover. Und dann zeige ich euch noch ein bisschen hier... Bilder... Ja... Oder ich könnte generell mal... nochmal zurücklaufen. Weil ich euch was zeigen möchte. Seid ihr vorne? Wenn ihr es... hoffentlich erkennen könnt... Ist eine schwarze Katze. Aber ne die erkennt man nicht. Die läuft da grad... Doch die erkennt ihr ganz leicht. Die wollte ich euch nochmal zeigen. Genau. Da zeige ich euch hier noch die komplette Felder. Genau. Hier. Wir fangen nochmal kurz auf dem Feld. Ich werde eh nochmal zurücklaufen. Weil ich manchmal schon mal kurz auf die 12 bis 14 Minuten komme. Und ich sollte mich einfach mal irgendwo hinsetzen. Mal mit euch reden. Vielleicht... Ja... Wo die ganzen Heuballen sind. Die schwarze Katze ist auch jetzt wieder weg. Ich möchte gerne nämlich jetzt auch ein paar anfangen. Mit so... Außergängigen. Mal so... Realized Sachen etc. Etc. Genau. Wenn ich ja schon hier bin... Ich zeige nicht wo ich wohne. Außer in Hessen. Wie gesagt... Hier sind die ganzen Heuballen wieder. Ich bin wieder bei den Heuballen Geschichten. Und ich werde euch erstmal kurz meine Schuhe zeigen. Scheiße. Ich hoffe das geht. Oder... Ich hoffe das hält. Ja genau. Ich werde euch gerade mal meine Schuhe zeigen. Weil... Hier ist gerade auch niemand. Hier... Das sind auch meine... Schuhe. Hier... In den Nikes. Hier... In den Nikes. Ich habe auch so immer meine Nikes. Ich habe auch so immer Nikes. Und jetzt werde ich schon hier wieder mal ein Korn ziehen. Und dann werde ich mich wieder mal mit meine Schuhe anhaben. Bis gleich. So Freunde... Schuhe habe ich an, ja angezogen, genau, dann würde ich sagen, gleich mal kurz in den Himmel, da geht es jetzt weiter, nach Haus oder so, also wenn ich generell mal wollte, mal was machen mit der Challenge, weil nur mit, nur mit Socken rumlaufen, Challenge oder, ja, ich muss gerne, mal pausieren nochmal, weil, kommen zwei Rad, sofort weiter geht's, ich werde natürlich bis die Radfahrer weg sind, auf dem Boden, äh, gucken, mit der Kamera, mit der Kamera, nur gut Freunde, dann laufe ich mal kurz nach Hause und dann, ja, werde ich mich zu Hause erst wieder melden, ich will nicht, oder, oder, ich werde einfach bis jetzt, hier, Video machen, oder, ja, oder, ja, dann heißt das, ich melde mich wieder, wenn ich zu Hause bin, so, Freunde, hier zu Hause angekommen, ja, mit denen zu zocken, schaut in der Wildschaft, gerne mal rein, was besitzt ihr für Socken, das würde mich, das würde mich interessieren, weil, weil, weil Freunde, weil Freunde, es würde mich interessieren, was ich für Socken rumlaufen habe, das würde mich jetzt einfach interessieren, und dann würde ich sagen, seht ihr jetzt wieder nichts, weil, findet ihr oben rechts jetzt meinen Kanal, da unten findet ihr auch angeblendet, ist mein letztes Suchen eines Videos, könnt ihr kurz die Kine vergessen, nicht meiner, sondern davon nur ein Problem, aber, und dann würde ich sagen, wasser mit diesem kurzen Video.